willkommen zurück bei this land is my land heute geht es weiter mit dem guten abjahr tarn 279 tage im widerstand und acht lager nach wieskiger besser ziehen aber ja mal sehen vielleicht kriegen wir heute ein paar krieger mehr dazu mit mir schon ganz schön die ganze amie wäre toll und dann schauen wir mal was wir so machen und die europäer weiter aus unserem land zu verträumen geht ja so nicht schnell sehen wir erst mal im spiel zeiten der alle grafiken zu laden ja warum bin ich mit in der pamba was habe ich letztes mal getan ach ja und hier war so eine so eine siedlung eine kleine aus der mich die ganze große ist rausgeholt habe ich auf aufnahme gemacht auf 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 recording ja und die habe ich meine ich auch schon abgefackelt hast du ach so und wir sind noch bei morgen habe ich das vorgab dass ich das machen wollte weiß ich nicht ich bin mal nicht sicher ob ich immer mit wenn ich das ich werde es auch einfach mal probieren dass das gebiet so zu befreien dass ich da in einen einschüchter ja ich meine dahinten fackelt es noch so ein bisschen da war noch das gebiet dann hoffe ich gucke mal ob ich das gebiet denn dann diesmal tatsächlich vielleicht zu mir bekommen oder ob das dann auch wie bei lemmiston ist das ist dann halt einfach so ist so dass irgendjemand gehört ja hier das habe ich abgefackelt davor hat die ganzen krosseries herausgeholt die es zu finden gab an die camps gepackt und ja jetzt was hatte ich vor keine ahnung wo bin ich jetzt bin hier oben ne ach so was mir aufgefallen ist als ich das camp aufgelöst habe haben die das land hier komplett verloren das heißt es war eigentlich das einzige camp von denen wäre man sich hingepflanzt hat jeder oder die da unten ich habe hier hat und da ist noch ein fragezeichen da gehen wir doch da mal hin und machen da gleich goldschatz juli was hältst du davon noch goldschatz am anfang des streams oder baubladen ich bin durstig achte aber das hatte ich ja jetzt hatte ich schon ganze zeit mit dem durst ne meine ich etwas getrunken habt naja weiß gar nicht ob ich überhaupt noch was in den kantinen drin habe habe ich was mitgenommen mt vielleicht sollte ich mir irgendwie mein wasserloch suchen hier vorne dann hole ich den schatz reite weiter und fülle erstmal meine ganzen mt botlitz auf da ist er doch schon und schön dass der regen jetzt aufgehört hat jetzt habe ich eigentlich noch den fiebersirup habe ich noch dabei so wer ist denn da drinnen naja na ja nehm ich okay so war das gerade aus ja einfach gerade aus dann ist dein fluss ich darf halt nur nicht in das gebiet ne ich habe angst dass diese quest losgeht und der mensch wieder tot ist es ein trauma ist es ein trauma von den letzten quest ich trau mich da nicht hin so wasser sammeln so steht jetzt alle mit schleppen ins pferd packen oder soll jetzt immer zum nächsten lagerfeuer was hat er denn hat er doch bestimmt auch noch welche der beine dann habe ich die hier aus dem russ geholt okay dann gebe ich ihm dann so schnell so ich denke die beiden reichen mir erst einmal sehr habe ich drei stücke fährt ja ich habe noch ein fiebersirup dabei weiß ich viel mehr bekomme weil ich mich sehr kälte durch den regen oder so ja was mache ich denn jetzt europäer er kann gehen den weißen mann das haar abziehen haben wir noch andere quests rache nehmen jetzt schlägst du nicht mehr da wobei der andere der den hat der ist ja hat er auch das land verlassen dann ist die quest abgeboten keine ahnung wo der alex morris ist ist mein längster erzfeind hier ja ist irgendjemand in der nähe gefallen hier 69 meter wo bist du denn gefahren da können wir doch da mal hinlaufen ah bei dem da sitzen auch schwer die also das hat wirklich expansions wenn ich dachte wäre jetzt eben gestorben ich dachte eben gestorben nee ist hier hm soll ich die expansion verhindern ja komm weil wir gerade in der nähe sind kann ich das ja mal machen so zum einstieg hier gehen wir da mal hin wir sind eh zwei sekunden später wieder da aber egal ein paar pünktchen ein paar pünktchen ein paar pünktchen äh ist jetzt nur die frage wo ich hinkomme ne ach guck mal hier ist ein feuer dann kann ich da doch mal hier mein fiebersirup abgeben wollte ich bestimmt irgendeinen krieger im camp der ist bestimmt einer krank ich kann das auch vom pferd aus machen ich meine ja ne ich gebe es mir ja den fiebersirup einfach so und wollte auch geld haben habt ihr morgen schon geld und dann gehen wir mal weiter und dann gehen wir mal weiter und dann gehen wir mal weiter zweit 1 breathe kurz Seoul Da war ich doch bestimmt schon, oder? Hallo? Ich habe mir seine Würstchen vergessen. Oh, das ist gut. Acht Würstchen. Die Würstchen müssen wir mitnehmen, ne? Komm, wir haben Essen. Ganz viel. Oh, Schaufel noch. Schön, schön. Ganz schön jetzt nur noch. So. Ja, ruhig mal weiter, ne? Sind ja noch nicht da. Hört man eigentlich die Hintergrund... Hört man eigentlich die Hintergrundgeräusche? Grinsiert man und so? Also wiederfoniere ich hier. Ich glaube, ich未 So, dann checken wir doch erstmal aus, wo hier Leute sind. Da ist noch einer. Müsste noch irgendwo ein dritter sein. Hup, kriegbar. Wo ist der Chef? Hinter der Kutsche. Ob der es sieht, wenn ich ihn in einem da weg hole? Ich wollte ja nicht mehr töten. Habe ich vergessen. Hat sich so angeboten. Hey! Hey! Ja, ja, ja. Ist nicht dein Ernst. Komm zurück. Schau mal. Voll oben. Das ist viel praktischer, ne? Ein Steinwerken. Mein Tomahawk aufgehoben. Komm, ich glaube schon, ne? Erheblich die Explosionsverhinderung. Komm, schieb ab jetzt. Naja, hier ist noch gar nichts drin, ne? Aber hier ist ja nie was. Hm, bring ich mal sogar ein Lauf ins Lager. Äh, nein. Bih, 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 bih. Mein Gott, quitscht das. Das sind mal vier Steine hier. Äh. Ah, da komm ich drüber, okay. Das ist jetzt nicht irgendwie da runter? Oh, ja. Ich hab den Baum verfehlt. Hier. Warte, jetzt schaff ich schon. Jetzt ist hier frei geworden. Hallo. Wieder ein paar Geschenke. Ist nicht so toll, aber ein bisschen was, ne? Und Pferde. Neue Pferde furcht. So, äh, was mach ich denn jetzt? Ich hab noch gar keinen zu planen hier, ehrlich gesagt. Etwas zu und boostig. Guck mal, wir haben was essen. Ich muss jetzt mal Fury holen. Mit Jan. Vielleicht gibt's hier eine Quest machen von Jan, ne? Mach ich die Quest, die ich da hab. Machen wir Mommisra. Die war da mal runter. Vielleicht find ich ja noch Fisch auf dem Weg dahin ist. Da hab ich doch Fisch gefunden, oder nicht? War das nicht hier? Die guten Fisch? Ich mein schon. Ich hab mir vorher noch Fisch suchen und dann... Ja. Guck mal. Ich würde aber erstmal... Ich geh zu dem Lagerfeuer jetzt. Soll ich rein? Ja. Kommt da mein Pferd nicht sogar mit? Da muss ich ihn jetzt nicht erstmal holen gehen, meine ich, ne? Ja, okay. Ähm, und dann... Und ich mir hier noch Pfeile. Und Pfeile? Ähm, die ist für sich so schön... Den würde ich erstmal... Habe ich bei... Habe ich bei... Habe ich bei denen noch Pfeile? Das stinknormale Pfeile sollte eigentlich... Eigentlich mal jemand machen. Habe ich bei... welches den auftrag geben eine hier wenn die doch wieder von denen ja wir haben kletter geholt ich möchte es an auftrag geben ganz normale feine brauche zwischen 100 stück wenn es geht und ihr habt sogar noch okay nämlich von muss mir merken das buch mir da noch nicht hat dann braucht ihr nicht machen die mich jetzt genommen 47 das reicht der fuß aufwärts waren auch noch spots ich habe dies nix noch dabei der wert nene hat doch ein ja wieso finde ich jetzt hier keine fische ich finde doch sonst immer fische da da sind aber nicht so viele ne weiß ich das jetzt eins ist nicht so genau fliegt dann meistens irgendwie anders der fall als ich es gewohnt bin die hauhalte kommen sind da jetzt noch welche ich meine die hauhalte und und... Katz-Troll! Katz-Troll-Troll-Troll! Zu! Jo, immerhin! Jo, gucken wir mal weiter! Oh, da sind immer ganz viele! Rosarisch! Koch auf eurem Karay singen! Shit assure! Ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 braunen, braunen Maschinen, Cap und Blätter, jeweils vier, stand da, oder? Blätter, Knappen, so. Drei Stück kann ich machen. Der Wahnsinn. Ja, schön, cool. Haben wir. Vielleicht packe ich da wieder rein. Nice. Ich werde jetzt nur eins mitnehmen. Zehn Kriegerprozent und hier zehn Krieger. Ach, das ist alles dasselbe. Wunden heilen. Nimm ich erstmal mal das mit und die anderen packe ich ins Pferd. So. Hervorragend. Jetzt bin ich sehr müde. Das war auch anstrengend, das Fischen. Ich könnte mir jetzt hier schlafen legen. So, an der Straße. Hm. Ich würde auch zugrunde aufreiten. Aber ich wollte ja eh in die Richtung her. Ja, komm, wir schlafen hier. Hab ich überhaupt was zu essen mitgenommen? Etwas zu essen. Ich schlafe erstmal danach, heiße ich. Das erschöpft vom Angeln hier. Und Fisch. Nächste zu bereiten. Sehr hungrig, sehr durstig. Ja, was haben wir denn da? Ich hab noch einen Apfel. Ich hab gar nichts zu essen dabei. Was ist jetzt das halt? Ich hab auch irgendjemand. Muss mir dann auch mal wieder hier was zu essen machen. Ach, nicht hier immer noch. Gut. Ich muss mal an. Ich muss mal zum Fluss und trinken. Gebt gleich um. Das ist eigentlich, wer kriegt das Schaden? Ich glaub schon, ne? Trinken. Ja, der kriegt dann zu Pluto oder sowas. So. Etwas Hunger. Kannst du noch mal trinken? Na ja, Pfeil und Bogen, ne? Sollte ich vielleicht noch wechseln. Okay. Okay. ich habe nichts zu essen, auch Sausages nehme ich eine, was wiegt das denn 50, nehmt mal zwei, sonst machen die ganz, die machen komplett satt, nehme ich zwei, so dann haben wir doch, haben uns wieder hier besorgt, geschlafen, dann kann ich ja los, ne, nach morgens, wohin wollen wir, Momisra, alles klar, darf keine tötend und nur, dies ist eine Mitglied einschüchtern, ja, aber am letzten Mal hat es gut geklappt, ne, aber ich will das jetzt nicht beschreiben, dass das jetzt wieder so funktioniert, weil dann funktioniert es nämlich nicht Schnellreise, auch ein Pferd nicht möglich, aber dann reite ich da halt hin Nein, komm, Schnellreise Äh, welche ist du? Wobei, ich könnte einfach der Straße, ach komm, egal, 50 Stunden, ne, komm dann, vielleicht komme ich da noch hin, wenn es Nacht ist Hallo, lasst euch nicht stören, ich warst Ne, nicht die Straße irgendwo, egal Jetzt sind die Vögel, glaube ich, schon wieder, ne, ich glaube, es wird gleich wieder hell Wenn ich jetzt den Fischsnack esse, Also bevor ich den einschüchstere, kriege ich dann auch Krieger, wenn das komplett alles auflöst, schon, ne Das ist ja wie Lagerauflösung, ne, lösen meine ich, ne Muss mir den vorher, muss mir den vorher essen, mal genehmigen meine ich Dann kriege ich das natürlich auch gleich hin, ne Das klappt schon Kann nicht, man gefährdet mich Jetzt muss ich halt erstmal den richtigen finden, ne Der Schiff Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon jetzt das schon hingestellt Ich hab schon gesagt, ich hab schon, ich hab schon gehört, ich hab schon, ich hab schon wieder der letzte auch so gut funktioniert mensch ziemlich ziel doch ich darf niemand anderen was tun ich soll sie nur einschüchtern ich soll ihm fragen die einschüchtern oh nein guck nicht so mir passiert nichts guck weg die leute aus meinem isra flüchten aus meinem land wie die hunde sind ich habe kein angeschlossen ok ich hätte den ist gut dass ich nicht gegessen weiß ich gar keine klinge anschließend schließen sich ja immer so ein paar wenn ich was auflöse du hast gute ich vergesst noch darf ich aufstehen ne die sollten ja alle weg sein und da kamen indianer aus dem busch hallo 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 ich hoffe dass man das nicht wieder aufnehmen kann hier es war aber nützlich ich 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 ich